Bernhard Pacher holt eine Schachtel aus dem Giftschrank. Der Geschäftsführer des Münchner Auktionshauses Hermann Historica bereitet die Versteigerung zahlreicher sogenannter Nazi-Devotionalien vor. Diese edle Kopfbedeckung gehörte einst Adolf Hitler. Dass der Zylinder und zahlreiche weitere Besitztümer ehemaliger Nazi-Größen unter den Hammer kommen, sorgt im Vorfeld für Kritik und bei Bernhard Pacher für Unverständnis. Diese Objekte werden zum weiters überwiegenden Teil von Kuratoren von Museen gekauft. Die gehen an private Forschungseinrichtungen, an private Sammler. Und der letzte Kunde, den wir haben wollen, ist derjenige, der dieses Objekt, diesen Hut, was auch immer in dem Katalog drinnen ist, als das sieht, als was er in der Presse bezeichnet wird, als Devotionalie. Der Verband der Juden Europas hatte im Vorfeld in einem offenen Brief eine Absage der Auktion gefordert. Wir haben nach der Veröffentlichung des Briefes, der an uns gerichtet wurde, mit der Bitte, die Auktion abzusagen, eine Verdreifachung der Anmeldungen, inklusive der Anmeldungen zur Versteigerung. Das ist eigentlich ein Medienrummel, der nicht in unserem Interesse ist. Wir bemühen uns normalerweise, die Zeit des Dritten Reiches auch nicht zu bewerben. Bereits vor einigen Jahren kamen beim Auktionshaus Hermann Historiker Gegenstände ehemaliger Nazigrößen unter den Hammer. Eine Uniformjacke von Adolf Hitler erzielte damals 275.000 Euro.